Wir sind RWE, ich bin hier mit dem Leon und dem Miguel. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Ja, also war auf jeden Fall wieder ein hartes Stück Arbeit heute. Wir hatten wieder viele Torchancen, die wir nicht genutzt haben und ich verstehe selber nicht, warum wir immer uns so schwer tun gegen so Mannschaften wie Strahlen. Man sieht letzte Woche gegen Bonn 6-1, ich sag mal, war trotz alledem heute wichtig die Punkte Münster und Oberhausener Punkte liegen lassen. Ich glaube, wir können relativ glücklich mit dem Saisonabschluss hier zur Winterpause sein. Bei dir Leon? Ich schließe mich da dem Miguel an, wie er schon sagte, gegen solche Mannschaften, sich immer so schwer tun und dann heim 6-1. Da wird man auch noch großartig zu sagen, aber ich hoffe, das war jetzt auch wirklich ein kleiner Kaff hier. Ich hoffe, dass das dann gegebenenfalls in der dritten Liga aufhört, dass wir da qualitativ hochwertigere Plätze uns auch mal anschauen. Wollte ich gerade sagen, also wenn man jetzt mal für die Mannschaft sprechen möchte, wir fahren natürlich auch aufs Dorf. Also bei uns in der Hafenstraße, der Rasen sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus als hier, oder? Es ist auch weitaus ein Unterschied von der Stimmung her natürlich. Sag mal, du kommst hier hin und du fühlst dich, als ob du dir in Bezirksliga spielst, sag mal, von der Platzanlage her anguckst. Und es wäre natürlich schöner, wenn wir jetzt die Saison aufsteigen sollten, nächstes Jahr in der dritten Liga mal auch richtig geile Auswärtsfahrten zu machen. Da haben wir alle auf jeden Fall Bock drauf. Denkt ihr, dass man sich da nicht so motivieren kann? Weil wir haben bei den Auswärtsspielen immer so ein bisschen so Probleme gehabt, dass wir dann so unentschieden spielen, so in Wegberg und so weiter. Jetzt heute zwar auch wieder mit dem Elfmeter ein bisschen eng, aber Gott sei Dank gewonnen. Super. Darf ich euch noch fragen zu Dennis Grote? Also jetzt gerade nach unseren Informationen, was uns gesagt wurde und auch verifiziert. Er saß wohl heute im Stadion bei Preußen Münster gegen Gladbach. Das ist natürlich eine Sache. Er ist Kapitän. Er ist als Kapitän bei uns in die Saison gegangen. Das muss man ganz offen sagen. Das ist natürlich eine Art, die ist... Ich finde persönlich das echt schon eine Frechheit, weil das ist ein Zeichen vom Kapitän. Das darf man nicht geben. Das habe ich da... Also ich war schon enttäuscht bei Keir Gomez. Nach Tio Götzschü muss man auch nicht gehen. Er ist ein... Er ist ein... Er wieder! Ja, gut. Aber ihr wisst, es ist halt einfach... Ich persönlich muss sagen, ich kann das nicht verstehen, wenn man als Kapitän in eine Saison geht und dann sich so verhält. Also Beleidigungen, okay, kann ich jetzt verstehen. Seine Mutter kann da jetzt nichts für. Da müssen wir mal ehrlich sein. Alles okay. Aber es geht gar nicht, gar nicht und kein Kapitän halt, ne? Ich hätte es im Leben niemals so eingeschaut. Wir sind Essen und er nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Gar nicht. Ist ja ein Profi eigentlich. Also der hat in der Bundesliga mal gespielt. Also ich verstehe nicht, warum man sich so verhält und am Ende seiner Karriere... Warum macht man so einen Move, ne? Ich habe verdammt viel von dem gehalten eigentlich. Ich habe den auch wirklich als Kapitän gesehen, der die Mannschaft führt, der das Wort ergreift. Aber das ist, wie er gerade sagt, das ist charakterlos. Das geht gar nicht. Aber das ist auch richtig, dass unser Verein den suspendiert dann. Also wenn man sich so charakterlich... Natürlich, aber suspendiert ist okay, aber dann auch nicht freigeben, dann auf der Tribüne sitzen lassen und nicht jetzt freigeben und nach Münster gehen lassen. Also geht gar nicht. Genau. Bloß nicht den Fehler machen, einen Aufhebungsvertrag geben, sondern wirklich auf der Tribüne verrotten lassen. Ist so. Ablöse nehmen. Ablöse nehmen. Ich danke euch, Jungs. Ja, danke. Wir haben wir gerade... Kann man da gucken? Simon Engelmann! Sieben Engelmann!